Servus Leute, heute wollte ich euch mal mein momentanes Übergang und Winterauto vorstellen und zwar handelt es sich hierbei um einen Polo 86c Coupé im Baujahr ist es 7,97 also sprich ist schon bald eigentlich ein Goldheimer ja, wie schon gesagt, es ist mein hauptsächlich eigentlich Winterauto und eben auch bis halt das Carpio fertig ist, will ich damit rumfahren haben tue ich es jetzt schon seit September war damit auch schon mit einem Kumpel bei der Notschleife zum Beispiel war auch saukool, da folgt auch noch ein Video und ja, es hat eine ziemlich extravagante Lackierung also die ist eigentlich schon ziemlich auffällig ich finde es aber irgendwie saulustig und es macht irgendwie auch Spaß mit dem Auto rumzufahren und auch zu sehen, wie doof manche Leute schauen oder wie die sich an der Lackierung des Autos amüsieren das ist eigentlich saukool um ja auch und dr Mal guck Uuuuuhh Ja, das ist das gute Stück. Ich weiß noch nicht genau, ob ich noch mehr Videos von den Autoren machen soll. Ich meine jetzt abgesehen von zwei Videos, zumindest da noch den Nächsten, wo ich eben mit einem Kumpel bei der Nordschleife war. Mit ein paar Kumpels. Ja, aber die Frage ist halt, soll ich mehr zu dem Auto machen? Vielleicht sogar ein Projektauto draus machen oder sowas? Da bin ich mir alles noch ein bisschen unklar, uneinig. Es ist halt eine Sache des Geldes. Das ist ganz klar. Ich meine Geld wächst ja nicht auf Bäumen. Und ich weiß nicht, würde euch sowas gefallen, wenn ich mehr Videos zu dem Polo machen würde? Oder vielleicht ein Projektauto daraus? Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben? Würde mich interessieren. Ja. Ähm, ja. 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 Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich sag's euch, ihr wollt nicht mal eine Motorhaube sehen, die ist nur so am flattern.